Beim großen Jubiläum zu Ehren Florian Silbereisens, die große Schlagerüberraschung, wurde ordentlich gefeiert. Kein Wunder, moderiert er die feste Shows schließlich Schönes seit 20 Jahren. Dabei blickte er auf seine schönsten Momente zurück, die er auch mit Schlagerkollegin Helene Fischer erleben durfte. Helene Fischer fehlt bei großer Überraschungsparty. Mit vielen Stars, darunter Ben Zucker, Thomas Anders oder Ross Anthony, feierte Schlagerstar Florian Silbereisen auf einer Überraschungsparty sein großes Jubiläum. Dass dabei alles ganz anders lief, als er es sich vorgestellt hatte, konnte der Sänger vorher noch nicht ahnen. Denn seine Freunde aus der Musikwelt planten eine Überraschungsparty für ihn und luden Florian unter dem Deckmantel einer anderen Show ein. Er selbst ging nämlich davon aus, DJ Ötzi zu dessen Jubiläum überraschen zu müssen. Von einer Schlagerkollegin fehlte jedoch jede Spur, Helene Fischer. Die Sängerin und Florian Silbereisen galten als das Traumpaar in der Schlagerwelt. Beruflich wie privat waren die beiden unzertrennlich. Auch wenn seine ehemalige Partnerin nicht an der Feier des Jubiläums teilnahm, blickte er doch auf die schönsten Momente mit ihr zurück und schwelgte in Erinnerungen. Helene Fischer – So romantisch war die erste Begegnung mit Florian Silbereisen Im Interview mit BILD erzählt Florian Silbereisen nun über eine der anfänglichen Begegnungen mit Helene Fischer und reflektiert zu seinem Auftritt in der TV-Show Winterfest der Volksmusik im Jahr 2006. Dabei saßen die beiden in einer Kutsche. Florian verrät dazu seine ersten Eindrücke zur Atemlos-durch-die-Nacht-Performerin, unsere erste romantische Kutschfahrt. Ich hatte die Zügel in der Hand, alles unter Kontrolle und konnte gleich ein bisschen Eindruck schinden. Helene lachte schon und wusste wahrscheinlich, dass sie die Zügel bald übernehmen würde. Damals standen die beiden noch am Beginn ihrer beeindruckenden Karrieren und ihrer einstigen aufkeimenden Beziehung. Florian Silbereisen war zu dieser Zeit 25, Helene Fischer 22 Jahre alt. Schlagerstar packt über Helene Fischer aus, ich habe ihr geholfen. Doch ein Detail des Abends blieb dem Schlagerstar besonders in Erinnerung, die Schwierigkeiten mit Helene's Kleid. Helene's Kleid war so eng, dass sie nicht aus der Kutsche steigen konnte. Ich habe ihr geholfen und sie aus der Kutsche getragen. So konnte ich sie also zum ersten Mal auf Händen tragen. Ich konnte quasi schon mal für die gemeinsamen zehn Jahre üben, so Florian. Dabei sieht man die beiden auf dem Schnappschuss des Abends mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Zwei Jahre später, 2008, wurden sie dann ein Paar und waren seitdem beruflich wie privat eng miteinander verbunden. Auch nach ihrer Trennung betont das einstige Schlagertraumpaar immer wieder ihr gutes Verhältnis zueinander.